Hallo Gartenfreunde, ein neues Video. Und zwar wollte ich mich heute setzen, Flockpaprika. Rote und gelbe. Aber erst kommt mal an die Maise. Willkommen bei der Arbeitsklasse. Willkommen bei der Arbeitsklasse. Willkommen bei der Paprika. Der Kott hilft, es heilt die göttliche Kraft! So, wie man sieht, da habe ich schon einige gesetzt. Da sind andere. Chili, Saffroni, Sechzehn. Sechzehn ist Paprika, Rot, Gelb. Block. Wollen wir mal ein Loch? Wir setzen die etwas tiefer. Heute ist gut, heute ist kein Wind. Heute setzen wir mal. Da sind die Erlekt. Jetzt gehen wir mal. Hier zum Wetter, woher warst du? Das war die Erlektung. Wir machen eine Erlektung. Dabei nehmen wir eine Erlektung. Hier gibt es den Weg. Nein, wir haben einen. Wir haben eine Erlektung. Die Restdichten setze ich alleine, dann gucken wir das Ergebnis an. So Freunde, die Drusia gesetzt habe ich hier 55 Paprikas, rote, gelbe, dann noch Schokolade und, 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 Moment, wenn ich auf den Plan schaue, Apfelpaprika, Apfelpaprika und Chocolatpaprika waren Geschenk, Samen aus Deutschland, von dem Kanal Mücke, Mücke und das Garten gibt es nicht mehr. So, und natürlich müssen wir jetzt noch angießen. Und in einer Woche nochmal Dünger geben. Kalziumdünger und Stickstoffdünger im Wasser. So, den Rest mache ich dann. Kleines Video. Ja, insgesamt von den Paprikas, von den Blockpaprikas habe ich, weiß ich, 70 Stück. Ich habe an einer anderen Stelle welche. Sie wollten ja, dass das hieß, die Gras in die Peretz. Bei Schäu. So, Freunde. Wie immer, mit einem Daumen nach oben. Würde mich freuen. Abonnieren, kommentieren, auf die Glocke drücken. Dann bin ich das nächste Video nicht verpasst. Nächste Video ist Chili und Pepperoni. Wollen wir mal gucken hier. So, sind eigentlich schöne Paprikas dabei. Karoschi Beretz. So, das war's. So, das war's.